Am Muttertag auf Disney Junior zeigen alle, wie lieb sie ihre Mamis haben. Mämmo! Auch eure Freunde wollen ihren Mamis eine große Freude machen. Wir haben eine ganz besondere Überraschung für dich. Sie verschenken Blumen. Wundervoll! Wunderschöne Bilder. Und selbstgebackenen Kuchen. Vielen Dank! Feiert mit euren Mamis diesen besonderen Tag. Ich bin richtig aufgeregt. Und trefft Mama Hook in einer ganz neuen Geschichte von Jake und die Nimmerland-Piraten. Mami! Mami ist die Beste. Der Muttertag auf Disney Junior.